Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoint, hier auch halt dabei, Balaburger und Dr. Disco. Hallo. So, nehmen wir das Ding auch direkt mal an, ja. Ein gefährlicher Job, Okma. Der hat uns direkt was Gutes rausgesucht. Dann steigen wir doch da direkt mal ein, wa? Komm bitte doch auf mich, Mensch. Ich bin wichtig schneller da. Machst du doch nicht mal, Alter. Im Uwe machen sie gleich wieder platt. Lass mal aufsitzen. Immer dieser Stress. Was haben wir denn da? Flieg mal ein bisschen höher, ich will gleiten. Immer so schlecht für den Blutdruck, ne? Genau. Im Uwe platzt gleich wieder ein Ederchen, wenn wir landen, pass mal auf. Soviel zum Thema, ich flieg wie eine behängte Sau, weißt du? Weil der fliegt, da müsste es eigentlich mit dem Arsch so rausrutschen. Könnt sich gar nicht mehr festhalten. Du möchtest gleiten? Das kannst du, weil das Biwak ist nämlich direkt unter uns. Das reicht schon, ich gleite runter. Hui! Alter, wer macht denn da ein Biwak hin? Uwe schon längst raus. Hey. Mal gucken, wer als letztes ziehen kann. Letzten Drücker ziehen, war das Ding an uns. Wow! Klappt doch. Schlechte Neuigkeiten. Die Bottas haben das Management von Skatec. Hey. Nein, Skatec wurde vor ihrer Ankunft aufgewählt, durch die man sich mit der CIA darauf geheimlicht hat, dass die Ausgaben Errohr übernimmt. Seine Bedingung war, dass Skatec bleiben darf. Also hat der Jeremy Parts zum COO befördert. Wenn sie nicht retten, könnt ihr Skatec ein Rücksier machen und die Bottas hätten Aurora noch besser in Griff. Wir müssen zeigen, dass die Outgaben, Realtek und die VIPs von Aurora beschützen können. Hier sind einige Distabilisierungseinsätze, um den Feind zu schwächen, bevor die Haltung dazu klappt. Komm runter da! Wir werden versuchen, die Gefangenen Skatec angestellten zu befreien. Sonst werden die dafür büßen, dass sie Parts retten. Vielleicht... Hütendes Glühwürmchen. Alter, was war das denn? Warum ich? Ich hab doch gar nichts gemacht! Die ist hier runter, Uwe. Oh! Der braucht das. Der braucht das. Weißt du was? Ich lebe, Bitch! Ich auch noch! Müssen wir denn jetzt hin? Markier mal diese. Hallo, Kollege! Mach nicht diese. Edge, ich lebe immer noch! Oh, scheiße, länger neben. Sag mal her, ich bin Sonny. Der musste sein, warte. Das ist ja mal ein Schüsschen geholt, wa? Der Uwe humpelt jetzt. Pass mal auf, wenn der Gast... War so diese pure Provokation. Das kann ich... Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ganze Tribe ist tot, Alter. Die sind alle tot! Die Mission war vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Menschliches Versagen, oder? Wie sagten sie so schön? Ui, tut es weh. Das Ofenrohr. Ist er die Mission angenommen? Äh, einer markiert. Hinrichtung für mehr Verkehrssicherheit. Das ist doch mein Motto. Hä? Wieso hat er das jetzt nicht angenommen? Weiß ich nicht. Mach nochmal, Romano, damit er annehmen kann. Alter! Soll ich das bisschen jetzt laufen? Ja, hätte Uwe mich nicht abgeschossen, hätten wir ein Heli. Guck dir mal den Berg an, Alter. Bis ich da rübergeklettert bin, bin ich verhungert. Das ist mir doch egal. Ihr musst mich abschließen. Fahren jetzt per Anhalter. Guck mal hier. Auf den Heer schreiten wir jetzt. Halten fest. Lächerlich, wie laut diese Schrofflinter ist. Lalalala. Die Dinger sind nun mal laut. Gibt es hier ein Helikopter? Bestimmt, ne? Rotzett sie. Oh, da gibt's was. Warte mal. Bündungsfeuerdämpfer. Ach, geht das Tief hier runter. Ich bin wieder scharf geschossen. Sag mal, gibt's hier gar nichts, wenn wir verfliegen können? Gar nicht, wa? Du müsstest eigentlich ein Helikopter stehen, wenn ich mich jetzt richtig entzündet. Meine ich doch auch. Oh, 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 oh. Totally smoked them. Hier ist abgeschlossen. Ich glaube, hier vorne müsste noch ein Helikopter stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, hier ist einer. Scheiß Mörser jetzt. Jetzt geht's ja in Kraft. Guck mal hier, wir fahren mit dem Auto, ich hab was. Komm runter. Ja, der hat sogar den Ballermann oben drauf. Ein Unsichtbarer hat von mir gerade eine Ladung gefressen. So, Uper, kommst du ran da? Ja, ich muss erst noch hier ein. Nummer 80 Kilometer vom Reifen abgefahren. So, wir müssen die Straße lang. Ja. Hast du eigentlich die Minimap an oder hast du die aus? Ich hab sie alle erwischt. Das ist immer die Richtigen. Wo müssen wir lang, wieder? Ja, andersrum, andersrum, andersrum. Noch mal schmieren. Ja, sieh Pokémon, sieh er hier. Jetzt hier links. Oh. Das wär's jetzt gewesen. Da, im Wald. Schieß. Voll drauf da. Und einmal drüber. Ja, das macht dem Auto Spaß. Rückwärtsgang und nochmal ganz. Ballerboga hat die Verbindung getrennt. Links. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wie ist's? Oh, wir sind hier richtig, oder? Stopp. 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 Habe ich schon, ich hab schon, ich hab schon. Was haben wir denn hier Schönes? Als ob die uns jetzt nicht gehört haben. Wie willst du denn das erzählen? Ich glaube, die haben uns gehört, ja. Sie behaupten, sie hätten was gehört. Komm ein bisschen weiter hier rüber. Ach du Scheiße, weißt du, was hier los ist? Ja, genau deswegen. Die kommen gleich alle hier rüber, ne? Deswegen gehen wir jetzt hier im Wald und benutzen unsere Tarnkappe, damit ihr uns nicht spotten. Was war das denn? Wir machen's wie Uwe und da schießen wir schießen direkt rein. Holt sie euch. Das müssen wir ja machen. Den Typen kaputt machen, ja, ne? Sonnig. Du hast auch nicht geschossen? So, die Herrschaften wissen Bescheid. Oh, Leich. Hat er mich gefreckt. Er schafft das so? Ne, hier ist so ein Tango, so ein großer. Du weißt ja, dem Ballermann interessiert nicht, wie groß du bist. Wie, der hat mich getroffen? Erzähl mir nicht. Oh, Leich. Einer von euch nutzt hier Schrotflinte sein Vater. So, ich muss mal eben was auflegen hier. Alter! Mach ihn weg, Mann! Ein Offizier, du Liga. Ich muss mal eben ein Pflästerchen draufpacken. Mach er ich! Ich hab' dir gemacht. Da hinten ist noch ein Funker. Lass' dir mal funken, lass' dir mal funken. Er hat mich gedauert, Mann. Oh, warte. Rune kommt. Sag mal, was verbindest du so lange? Das gibt's doch gar nicht. So, bleib' stehen. Der Gerät kommt. Hast'n du hier gelandet? Sag mal, du müsstest doch... Da liegst der. Da, der braucht noch mal. Sehr schön. Wie ein Geisteskranker sticht er mit dem Messer auf ihn ein. Pick ihn, pick ihn. Das war krachig, was. Wow! Wow, 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 wow. Übertreib doch nicht! Oh, Leich. Denk mir nix dabei. Ja, schön gecleared, weißt du. Gerade noch verbunden. Kommt die da auf die Ecke. Alter, hab' ich jetzt Haue gekriegt. Oh, da kam Pinocchio an mir vorbeigeflogen, ne? Alle Fratze? Außer Wallerburger. Ja, äh... Der Typ beim Auto hat mich gedauert. Bisschen an Ding. So, meine Freunde. Leider endet uns das Spielzeit nach heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Ghost Week am Breakpoint. Es bleibt schmackt, bis die Tage. Alter, übertreib doch. Let's Play Together Ghost Week am Breakpoint.